Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, Stranded Deep. Wir spielen, ja ich muss zugeben, ich habe das Spiel 10 Minuten vorher getestet, wegen Aufnahme, ob alles läuft, Sound und so weiter. Und ja ich muss zugeben, es hat mir wirklich total gefallen. So, Existing World, ja es gibt auch Random Existing und man kann angeblich Spielerinseln einfügen, das, keine Ahnung, können wir uns einmal ansehen wie das ist. Singleplayer Core, ja es ist ein anderes Projekt, dazu später, viel später. Difficulty, ja nein kreativ wenn wir nicht spielen, wie immer ganz normal, ganz normal. Passive will not attack, ok. Nö, ganz normal. Was? Heer werden nicht kommen. Naja, nein. So, wir können, ja, wir vorgegeben den Spiel mal, Permadeath, kann man nicht auswählen. Wir starten. So, ähm, wie gesagt, 10 Minuten gespielt. Ich habe das vor Jahren einmal gesehen, da war noch nicht so viel drinnen in dem Spiel. Ich war, muss ich ehrlich sagen, extrem überrascht, was das Baumenü da einem bietet. Was für Möglichkeiten, was für, Wahnsinn. Oh nein, nein. Hallo. Ja, sehr gut. Oh, schöner Teppich. Hm, meine Hose ist ganz, das ist gut. Ich habe eine Uhr. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ähnlich wie bei The Forest. Im Prinzip ja auch Subnautica. Ähnlich, aber ... Aha. Aber schräger. So. Oh. Nein. Unter Wasser. Schnell, wir müssen raus. So, get to the Lovecraft. Oh, überall Feuer, Trümmer. Oh nein. Oh, wir haben es geschafft. Wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht. Ich bin sehr gespannt. So, wir spielen eine Standard-Map. Keine Ahnung, ob das schlechter oder besser ist, diese Random-Maps. Random-Maps hätten ja den Vor- und oder Nachteil. Okay, so, ich muss meinen Paddel nehmen, soweit ich mich erinnere. Das, so, und dann? Oder mal da lang. Einfach so. So, ich habe mitbekommen, man muss, kann und oder sollte möglichst viel looten. Möglichst viel. So, ich lege das dreimal, hoffe ich, an den Strand. So. So, das klipse ich wieder weg. Ja. So. Wie gesagt, ich habe Spielerfahrung. Ja, klar. Zehn Minuten. So. Das heißt, wir können wieder einmal, so wie ich es gerne mit euch mache, das Spiel gemeinsam entdecken. So. Ich weiß, ich muss die Dinger sammeln. Aber ich muss auch andere Dinger sammeln. Oh, da liegt ein Fetzen. So. Krabbe. Also. So. 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 Hier. So. Crafty Refined. Knife. Dazu bräuchte ich das. So. Wie ging das nochmal? ja genau ihr seht also ich habe nicht die extreme spielerfahrung ich ja so dazu bei euch diese dinge hier aus denen wie in anderen spielen auch kann man leschings bauen ich freue mich mit euch hier zu sein ich freue mich so sehr mit euch hier zu sein ich kann ich kann das gar nicht sagen es ist wirklich schön so und über schnellmenü ja genau das funktioniert so jetzt habe ich hier ein löschen und jetzt wird mir angezeigt ich kann ein messer machen so mein ding ist verbraucht mit dem so ach das geht nicht ich weiß nicht was in diesem spiel ich habe mich auch nicht im forum oder irgendwie bei anderen schlau gemacht wie das funktioniert wie das läuft ich möchte es tatsächlich mit euch entdecken und daher nicht gespoilert ich weiß nicht ob jeder die karte kennt ich war nur auch fasziniert von der möglichkeit dass man spieler generierten inhalt content auch hier einbauen kann was ist das für eine insel dort da müssen wir auch hin so wir holen uns weiter so sachen so wir müssen ein campfire kraften das harvesting sehr gut wir haben harvesting ist toll so und da ist auch eine insel umgeben von vielen inseln finde ich gut hoffe ich dass das gut ist so sehr gut danke so weit weg gestanden so also ich sammle mal einmal rund um die insel ein aber ich sollte ein campfire machen ich sollte wirklich ein kämpf da ist wieder dieses schiff das wir von der anderen seite gesehen haben sehr gut gerade lasse ich mal liegen ich mag auf diese tiere nicht draufsteigen ich weiß nicht ob die gut sind wie zb das mit den vielen stacheln da oben ich bin mir echt nicht sicher ob das gut ist so die 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 das nimmt auch mit so wo ist mein boot kaum spricht man darüber so wie schön okay da haben wir schon viel im inventory so kräfte campfire hat er gesagt wie macht man das so ja genau campfire so machen wir das im inneren der insel ist das gut aber was weiß ich wir können das aber auch am stand machen eigentlich würde ich gerne lieber am strand machen und zwar eben auf diesem abschnitt hier kokosnüsse so dann machen wir hier hier drinnen in diesem ding campfire schön der stoff habe ich das vorher gar nicht gesehen so was soll ich tun ja wie ging das ich da ja super so use it und da ist es spring über funken spring über also schnell schnell so das weiß ich auch das kann man einfach der fall lassen die sachen so f spf das weiß ich nicht was das ist keine ahnung so wir haben durst und wir haben einen sonnenbrand wenn ich mal die hau spf geht runter oh ja und wir haben einmal harvesting geskillt okay es ist 12 u 33 spf geht ziemlich runter so kille eine krabbe da ist eine krabbe so user knife on a crab so das heißt ich will die gerade aus ich lasse sie fallen so super mhm 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 wie gut sag ich ja so right mouse button ok hallo oh oh wie schön und das dreht sich da oben ok pick open und knack eine kokosnuss ok so da haben wir eine kokosnuss wir stellen uns mal daher kokosnuss turn into a flasker cut open ok so wir werfen mal einstatten machen das mal so ein drink oh wie schön so jetzt haben wir nur noch ein bisschen hunger kann man das eigentlich okay man kann es nicht man kann schon öffnen so jetzt schauen wir gleich was das bringt okay es fehlt uns ein halbes also wie ging denn das nach so haben zu viel im inventar ein stecken so was das potato ist das cool so wie ist denn eigentlich dieses spf ist fast ist das wenn wir tot sind oder ich kann es nicht sagen so also kräfte schelter dass wir mal unter ja genau so wollen palmen wedel und seile die seile das weiß ich inzwischen kann ich aus den dingen von aber wir werden sachen ablegen so und zwar lege ich die mal hier ja steine steine na ein steinhaufen super also wir brauchen jetzt seile genau das machen wir hier raus seile und ich glaube diese mehr geht nicht okay ich glaube nämlich diese minipalmen die wir abgeholzt haben können nur für seile verwenden das glaube ich weiß ich nicht glaube ich so was denn ein need to cut das ist spf okay dann gehen wir halt mal ins wasser ich mag nicht auf diese dinge draufsteigen ich hab da ein ganz komisches gefühl so und wir haben ein lashing in der hand so was denn jetzt so wenn ich mir nochmal nix in die hand was okay wird das besser wenn wir tauchen ich kann es ich kann es echt nicht sagen so und jetzt schauen wir mal rein testhalber jetzt wird es wieder weniger okay das heißt unter wasser wird es mehr gut dann schauen wir mal dass wir unter wasser bleiben und so natürlich atmen ist ja nicht schlecht unter wasser das kann nicht schaden so und jetzt oh wir haben fast wieder ein kist oh die rott total verbrannt oh der arme der arme so ist da was drin eine kiste so ich glaube aber nicht an diese perfekt freundliche liebe umwelt ich glaube eher das sind viele sachen die uns verletzen und oder töten wollen so wie krieg ich die kiste oh da war kurz da war kurz da ist ich sehe sie aber ich komme nicht hin ich will die kiste die kiste oh ich kann die kiste tragen während des schwimmens eine kiste tragen so und es gibt ja auch haie kann das sein dass dieser sound den haie ankündigt gut aber an land wird er ja nicht griechen griechen schwimmen so kreft der shelter so wir lassen die kiste mal fallen und jetzt schauen wir rein was drin ist oh ja fishing spare was ist das aha aha okay unabhängig davon jetzt steigt es wieder ach so weil 15 uhr ah die größte sonne ist weg okay gut wir brauchen ein shelter ja genau okay dazu brauchen wir palmwedel noch dasselbe wie vorher so ich muss ein paar dinge loswerden zum beispiel die hier äh die textilien wir können sie später wiederholen filter ok wirken auch mal daher moment die wärmer essen so und wenn wir jetzt da schauen ja super so kann man das auch abholzen ich hoffe so wächst es nach das ist eigentlich die oh ok so dann nehmen wir die auch noch die jucker da oh ein stecken ist da auch gleich runtergefallen so oh das finde ich da nie wieder ah moment 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 so super wir haben lashings wir haben sachen wir brauchen einen palmwedel und damit wir einen palmwedel damit wir einen palmwedel bauen können würde ich aber sagen wir bauen nochmal ein werkzeug wir brauchen eine axt zweimal so ein stone tool stone tool stone tool so so da stone tool eins zwei das ist super dass man sachen bauen kann indem man sie anschaut also zugreifen kann drauf so jetzt können wir uns eine krude axt bauen so die nehmen wir in die Pfote und holzen mal eine palme wir nehmen die hier so die hat da auch kokosnüsse wird die größer wenn man drauf schlägt ok ok gut so die wird größer gut oh harvesting so wir brauchen palmwedel so ja gleich haben wir es ok oh ist das oh 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 wie schön so so da oben in diese insel senke oh da finden wir die sachen nie wieder nur die großen sachen finden wir da ok da können wir die nicht herlegen wir haben zwar eine kiste bleibst du da der will nicht so ich lege ihn da oben hin da rollt er auch gut verdammt dann lege ich es da drauf so so meine krude axt die ist sehr krude so kann man bei nacht auch tauchen ja wahrscheinlich schon aber wir will oh oh ist das schön so nein nicht aufhalten ich habe einen palmwedel ich habe sachen ich brauche einen shelter so shelter shelter oh oh wie lieb ja das stellen wir genau da rein so ok schön schön oder äh so craft a hammer so das heißt eigentlich kann ich über moment quick craft da hammer da zwei steine ok ist das cool man kann die rezepte anpinnen da muss man nicht ständig wie cool wie finster ok so hammer ja so aber den hammer lege ich da weg weil ich will noch nicht craften ich will looten so explore ocean for other islands ok gut gut das heißt er will dass ich den ocean explore war da nicht achso den habe ich aufgehoben oh so dann lege ich auch mal diese lashings ab so fishing spare ist super das werde ich jetzt auch da am boden legen spike wobei wobei das lege ich da vorne hin also das lege ich irgendwo hin wo ich wo ich vielleicht das dann doch sehe ah man kann es nicht fallen lassen oh ok so jetzt wenn ich da jetzt her gehe und diese diese so habe ich da noch irgendwas liegen lassen was ist das ah ok was ist das setzlinge oder was ist das so die steinchen lasse ich da wo habe ich meine ganze stöckchen hingetan oder habe ich die alle verbraucht alle verbraucht wahnsinn oder so dann lege ich die mal wieder ab so planken sehr gut so da habe ich das spyglass da lege ich dieses vehikelpart hin sehr gut so dann habe ich äh das da die stoffe lege ich auch mal vorerst da her fischingspare ist super knife axt so das lege ich das lege ich da her ich weiß überhaupt nicht was ich damit noch machen soll oder es wird sich schon ergeben so den fischingspare lege ich da her super so was ist das da hinten eigentlich ah da haben wir ja noch den trunk seeanker ok und das oh oh ja so das zeug legen wir zu unserem zeug rationen super eine bandage ja wer weiß vielleicht werden wir es wirklich brauchen keiner weiß es so ein kompass oh ja super wenn wir sagen zum beispiel da sehen wir eine insel da ist die insel in richtung südosten sehr cool oder die insel ok so wir legen den kompass mal ab so wir haben ein messerchen wir haben eine axt ah 93% heightbarkeit 75% heightbarkeit oh ist das schön so ah am feuer wir holen uns weil da war irgendwo hier pick up ok ich möchte es aber eigentlich löschen weil ich glaube das wichtige hier ist dass wir mit den ressourcen haushalten also ich kann das essen wie viel bringt denn das ich esse das mal und jetzt achso Moment ja yay yay oh so meine lieben das war die erste folge ich weiß noch nicht wie viele wir machen aber das spiel hat mich total angefixt wir werden sehen bis zum nächsten mal vorerst mal bis morgen tschüss